Jolette und damit willkommen mal wieder zu einem weiteren neuen kurzen Shop Video und wir gehen direkt mal auf den Shop drauf denn der ist gleich auch schon da, knappe drei Sekunden noch, zwei Sekunden, eine Sekunde und der Shop ist da, mal gucken ob der Shop auch heute so klein ist ich gucke mal direkt oben im Weltraum, okay, Ripley und Xenomorph okay, 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 also hier Adam Ripley und ansonsten Kantenfaktor hat sich das Paket von gestern, war ja ultra selten und die täglichen Sachen, also Shop ist ein bisschen größer aber trotzdem noch relativ klein und hier die Pakete, okay, 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 oben dann wie gesagt das Ripley und Xenomorph Paket zurück hier gibt es dann einmal den Xenomorph Skin, sollten die meisten auch noch kennen und dann gibt es hier seinen Rückenteil dazu, passend dazu gibt es noch die Alan Ripley mit dem Rückenteil und dem Ladebildschirm hier und dann gibt es noch eine Mode von dem Xenomorph auf jeden Fall nice und das ist alles zurück nach 202 Tagen, also schon ein bisschen selten na, dann gibt es noch das Weltraum Ausrüstungspaket, dann gibt es dann passend einmal das Beruhtausbruch Mode was auf jeden Fall schon sehr, sehr gruselig aussieht da gibt es hier noch diese Hacke und den Geleiter auch das ist dann 202 Tage her und man kann sich das Zeug Nummer 1 entholen ist auf jeden Fall okay gewesen dann gibt es noch mal das Kantenfaktor Paket war das nicht erst vor kurzem drin oder verwechsel ich das gerade, ich weiß es nicht auf jeden Fall auch das nochmal zurück und ist scheinbar aber im Monat her ich habe nebenbei eine Liste offen, da sehe ich alles und auf jeden Fall auch das nochmal am Start dann gibt es noch mal das Hachibat Paket auch das wie gesagt noch mal hier, kamen wir gestern rein mit extrem seltenen Sachen der Skin hier, der hat auf jeden Fall einen zweiten Stil bekommen dann gibt es hier noch ein Rückenteil, eine Hacke und den Geleiter, ich glaube die meisten sollen es gesehen haben war ja über 1000 Tage selten also schon krass gewesen bleibt dann auch noch mal einen weiteren Tag hier im Shop okay bei den täglichen Sachen gibt es einmal den Flower zurück auch der eigentlich, ja sehr sehr oft am Start der hat hier noch einen zweiten Stil, der genau so aussieht und ein Rückenteil dann gibt es noch die Heim zurück auch die nochmal am Start, die schon ein bisschen seltener ist 193 Tage her und hier der Flopper wie gesagt einen Monat ich weiß gerade nicht ob ich es gesagt habe dann gibt es noch Macarena zurück das ist auch einen Monat her dann gibt es noch Glitter auch das ein Monat her und Zuckerrausch ist auch ein Monat her aber es gibt noch was seltenes am Ende und zwar Faustjubel 216 Tage her und ist auch relativ kurz aber auch schon echt alt aus Season 5 okay also hier auch ein bisschen seltener wie gesagt 216 Tage her und das oben ist 202 Tage her paar seltenere Sachen aber ansonsten auch ein kleiner Shop heute Herr Schepple 2 2 Bis zum nächsten Mal.